ja alles zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu sim city 4 und genau wir waren am letzten mal hier an der andere auf der an auf die andere flussseite übergesetzt so rum und genau wir müssen jetzt hier tatsächlich weiter bauen okay da würde ich vorschlagen machen wir hier einfach direkt weiter jawohl so ich denke mal wir brauchen hier einfach mehr jobs weil ihr seht die neuen einwohner hier sind waren zumindest eben arbeitslos und das will man ja nicht unbedingt in seiner stadt haben das arbeitslose volk so na gut dann kriegt ihr weitere jobs wollen dass wir ein bisschen über ist mit der u-bahnverbindung aber ist in ordnung so weil hier unten steht noch eine dauert fehlt noch eine u-bahnverbindung muss haltestellen bahn station wunderbar vorne und ja wir haben es endlich geschafft auf die andere seite überzusetzen das hat ja auch gar nicht lange gedauert so aber hey das passt jawohl die reichen leute die brauchen nämlich unbedingt jobs hier in der nähe das ist das ist tatsächlich angebracht hier aber da ist bloß wo denn drüben auf der seite okay die sind alle ausgelastet krankhäuser ist es so krass freude die krankhäuser sind alle ausgelastet dann kriegt er jetzt mal hier noch mal ein krankenhaus hin muss leider der strand für welchen ist tut mir leid an alle strandliebhaber aber medizinische versorgung geht da tatsächlich vor von daher die lehrer streiten in der neuen weiterführenden schule ok ja ach nee in der grundschule ja ok wir haben jetzt wieder so ein bisschen einwohner schwund hier vorne aber das sollte sich eigentlich gleich wieder ein pendeln das sind arme dienstleistungsgebiete ok dann macht das mal bitte weg wenn das ding ist ja eh verlassen dann gucken wir mal dass wir hier mal wieder ein paar einwohner dazu kriegen jawohl schaut euch das an da kommen sie wieder so ja sehr schön dass da vorne sind das mittleres sogar nur mittleres ok ich verstehe aber das ist nicht schlimm abwachsen statt sieht sich nach saft dass das ein mittleres gewerbegebiet ist ist nicht schlimm weil die reichen arbeiten auch in mittleren werbegebieten gewerbegebieten fußgänger auto 3400 mit dem auto pendelverkehr lang ihr habt mir auch mit einem pendelverkehr wirklich die bildung voll ich dachte ich hatte echt gedacht dass die bildung voll ist machen wir das mal so bitte weil wir müssen ein bisschen auf die finanzen auch achten tatsächlich so aber wir brauchen mehr jobs jetzt gerade damit der pendelweg für die reichen hier nicht so lang ist da streiken natürlich direkt wieder die lehrer der udi guck mal 11.000 schüler in der uni war das ist schon heftig einfach heftig freunde aber ja gut machen wir einfach mal weiter indem wir hier unten jetzt dann ja doch ist okay neben wir hier unten tatsächlich jobs hinsetzen und können wir diese straße hier abreißen müsste eigentlich funktionieren nein nicht kreuz das hier ja weil das funktioniert okay wunderbar dann machen wir hier neue jobs hin und dann am besten hier vorne noch mal eine normale straße rein wo wir dann ja das sollte so gehen wartet mal wo wir dann hier einmal das machen und euch hier eine station geben nein es passt nicht es passt nicht schade schade aber gut dann machen wir jetzt nur bus und bahnverbindung hin so freude dann könnt ihr hier eigentlich auch schon wieder mehr jobs generieren beziehungsweise zu ziehen so jawohl da kommen sie sehr gut das ist sehr gut jawohl dann machen wir unten weiter mit gewerbegebieten vielleicht habt das auch gemerkt ich nutze keine alleen mehr es ist tatsächlich so weil ja was soll man dazu sagen also die alleen machen halt sehr viel umweltverschmutzung und sehr viel hohes verkehrsgeräusch und dann das möchte ich lieber verhindern so das heißt ich könnte hier auch noch mal machen wir gleich gucken wir mal ob die wasser haben die haben wasser ok wunderbar sage ich dazu wunderbar und dann können wir euch hier tatsächlich auch wieder einem oder sogar zwei monowelle stationen geben so muss haltestelle bahn aber vorher das ist das macht spaß wenn es so gut flutscht ja das hat sich jetzt falsch angehört aber ihr wisst was ich beide es macht spaß es macht einfach spaß so alles klar machen wir hier noch parks rein so zack 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 ja ok machen wir hier unten auch erwachsenen statt sehen sich nach saft ja das könnte noch zum problem werden es könnte natürlich sein dass wir leute was ist hier los immer die krankenhäuser die überfüllt sind hier mensch ich reiße euch gleich ab und mache euch neu hin aber wartet mal hier oben das oder hier können wir doch noch einzeln machen haha hier können wir noch ein krankenhaus hin machen für euch ja die sind auch voll und die hier ja auch voll direkt aber da ist wieder weg ok wunderbar das krankenhaus ist wieder entlastet sehr schön freude da kommen wir die fetten wolken kratzer ich würde sagen speichern wir das auch mal direkt ja wie du dich mal bewegst spiel danke so da kommt doch schon wieder hier die fetten dinger naja was heißt fette dinger 500 jobs nur aber trotzdem jobs sind jobs jobs sind jobs und ich denke mal ach was ist denn jetzt hier mit euch wieder los selbst das arme wohnhaus ist verlassen lange pendelstrecke ihr seid ja lustig lange pendelstrecke das ist echt bescheuert aber gut dann sucht euch mal neue jobs dann sucht euch mal neue jobs hier ich meine wir haben ja jobs aufgebaut genau seht ihr es da kommen sie schon wieder mittleres gewerbgebiet Kanada square ITS IT services oder sowas ne ja cool für mich als ITler freut das so ok dann gucken wir mal weiter wir sind immer noch im minus aber die bildung muss halt weiter runter so genau genau jawoll so wir sind wieder leicht im plus und ihr solltet eigentlich wartet mal wir bauen euch noch mal neu oder ja doch wir bauen euch noch mal neu auf wenn ihr euch so wenn ihr euch so anstellt dann werdet ihr einfach abgerissen und neu gebaut ja ihr seht es da kommt ein drachengebäude das ist natürlich schon schon ein drachengebäude kommt das möchte ich gerne bitte auch behalten hier weil dieses drachengebäude sieht einfach so genial aus so soll ich das alles sieht so geil aus ok na gut so und ihr arbeitet bitte hier vorne ne jawoll machen sie ok das tun sie fälle verkehr mittel ich weiß zwar nicht was daran mittel sein soll aber ok ist halt so ah ja die fahren halt mit dem auto die große strecke ist ja ok gut wo kommen eure arbeiter her hier gar keine mitarbeiter oder was ja doch ok von der anderen seite kommt die her ach krass ok ja da würde ich aber vorschlagen dann die von der anderen seite hierher kommen mach da ach gott warum kann man hier keine hä ach weil das so tief ist oder was kann man hier keine u-bahn verbindung oh das ist aber blöd kann man nur hier auch nicht auch nicht wäre es zur ich hätte gerne zumindest noch eine verbindung rüber das ist ja jetzt wartet mal ah das das ne ach so wegen der steilküste oder wie ach shit ja das ist natürlich das ist natürlich doof jetzt mit der steilküste naja gut wartet mal dann äh machen wir das einmal so dann gleichen wir das einmal ein bisschen an so dann wenn wir jetzt zumindest eine u-bahn nochmal hinkriegen oder wie das ist wegen der steilküste ich glaube nicht dass das was gebracht hat hier ne leider nein äh blöd blöd freunde aber hier können wir zumindest nochmal eine verbindung hin machen hier im wasser geht's hier geht's nirgendswo das ist wegen der steilküste ah ok ja gut aber hey wir verdienen wieder ordentlich kohle muss man sagen naja das schwankt auch sehr ne ihr seht's aber gut freunde ähm ich würde vorschlagen wir machen weiter aber ähm erstmal nachbarschaftshandel mehr Energie kaufen so so den Müll nochmal exportieren oder ja geht nicht ok nicht weiter schlimm und ja da wir hier alles haben würde ich sagen können wir noch einmal nach rechts gehen so ähm so mhm was machen wir denn hier ich könnte mal am besten nochmal eine Monorail gebrauchen oder ja könnte könnte eine gute Sache sein aber aber da macht das mal so bitte ah hier kriegen wir aber das Kreuz nicht hin verdammt ne verdammt ähm ähm ich hätte gerne eine Monorail da oben wartet mal kriegen wir das nicht so hin ich hätte da oben gerne eine Monorail so das muss doch so gehen ah schade es geht nicht ja oder wartet mal vielleicht was wir das dann hier hin machen so geht's guck mal so geht's ja ist ja auch okay dann na dann ist okay ähm weil dann machen wir das nämlich direkt so so und hier haben wir unsere Monorail hier oben ist das nicht gut ich finde das so gut so dann eine Station zwei Stationen drei Stationen vier Stationen so ihr nutzt ja sehr gerne die Monorail jawoll guckt euch das an hier so ja und ihr seid irgendwie wieder arbeitslos okay gut dann machen wir weiter hier mit Gewerbejobs so weitere Jobs hier ist einmal so einmal so ganz genau ich meine wir haben ja noch die ganzen Einrichtungen hier ne ah wunderbar das läuft Freunde es läuft mehr Gewerbe für uns so genau und da machen wir jetzt noch die Verkehrsanbindung für euch hier Bushaltestelle U-Bahn ja Bushaltestelle U-Bahn genau so perfekt ja das ist so gut das ist so gut Freunde heute spiele ich auch SimCity zuerst ähm weil tatsächlich Resident Evil vorbeigegangen ist und ähm ein Nachfolgeprojekt jetzt ansteht ähm ja deswegen bin ich jetzt auch heute nicht so nicht so aufgewühlt haha so okay Nachfrage haben wir noch das ist saugut wunderbar 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 es ist so gut so wie es mit dem Verkehr aus hier ja geht Geht, würde ich sagen. Nur auf der Monorail und hier in der Mitte ein bisschen. Können wir da vielleicht noch was machen? Wartet mal, Zonen. Da können wir vielleicht sogar tatsächlich noch was... Ja, oder wartet mal, Verkehr. Na, Verkehr, komm. Boah, danke. Nö, ist orange, okay, geht. Speichern. Nicht, dass unser Spiel wieder abkackt hier. Boah, das Weiche dauert jetzt natürlich ewig, ist klar. Aber wartet mal, irgendwie kriegen wir keine Einwohner dazu. Wir sind immer noch bei 1,3. Ah. Ah, guckt mal. Wir müssen Wasser importieren. Ja, sagt das doch. Wir müssen Wasser importieren. Ja, sagt das doch, Leute. Verdammt noch mal. Ja, jetzt... Okay. Ja, toll. Das ist natürlich hier komplett... Mann. Die sagen es einem aber auch nicht, ne? Ich wundere mich so. Irgendwann kommen keine Einwohner dazu. Ja, klar, wenn da Wasserleitungen fehlen. Beziehungsweise Wasserversorgung. Ach, Leute. Ach, naja, apropos. Müssten wir hier auch mal machen. Wir brauchen hier leider ein Klärwerk hier unten. So. Für die Wasserverschmutzung. Genau. So. Die da vorne sind wieder arbeitslos. Warum auch immer. So. Mehr Bäume, Bäume, Bäume. Aber immerhin sind wir jetzt bei... ...stabil über einer Million. Das ist da auch schon mal was. So. Ja, das hier gefällt mir wieder nicht. Deswegen. Weg damit. Ja, es ist halt so. Wenn die Gebäude halt... ...sich sträuben, dann fliegen sie halt raus. Was ist das? So. Alles klar. Jawohl. Guck mal. Da sieht man schon, was da für ein Gebäude kommt. Geiler Bug. Geiler Bug. Naja, okay. Aber... ...wir sehen gerade, dass wir wieder mehr Geld verdienen. Und wir haben wieder über... ...über 1400... ...ziehungsweise 1,4 Millionen Einwohner. Das heißt, wir können die Bildung mal wieder ein bisschen... ...minimal hochschrauben. So. Genau. Ja. Und dann warten wir mal ab, bis die da oben Steuern zahlen. Na? Wir werden die Bildung gleich nochmal hochschrauben. Aber die Bildung sieht eigentlich in Ordnung aus. Würde ich mal so sagen, oder? Sieht doch... Ja, wobei hier oben... Wobei, das sind keine Wohngebiete. Also das ist tatsächlich ein Bug hier. Das sind keine Wohngebiete, oder? Nö, das sind Gefährbegebiete. Keine Ahnung, warum da eine Bildung angezeigt wird. Aber ist in Ordnung. Ähm... Gut. Dann... ...machen alle aus. Und dann gucken wir nochmal die Finanzen. Ja, wir können wieder ein bisschen hochschrauben. Sehr schön. Auf jeden Fall. Ja, das ist zu viel. Äh, so. Genau. Ah, es läuft, Freunde. Es läuft. Es ist sogar besser als bei meinem privaten Durchgang. So, gut. So, was ist jetzt hier? Haben wir hier? Ich meine, wir kommen irgendwie nicht über die 1,5 Millionen Grenze. Hier nochmal Bäume machen, oder? Nö, das passt eigentlich. Kann man so lassen, wie es ist. Äh, okay. Dann... ...mehr Gewerbe. Oder wartet mal. Ne, wir machen hier unten tatsächlich... Ähm... Wie geht das gar nicht? Warum nicht? Äh, ah, verdammt. Na gut, egal. Ähm, ich würde vorschlagen... Äh, Einbahnstraße, bitte. 2, 3, 4, 5. So. Wir machen hier weitere Jobs. Aber diesmal... Wie rum geht die? Die muss... Ah, okay, ja. Dann machen wir den mal so. Zuck. So, wunderbar. Machen wir nämlich hier unten wieder Polizei, Feuerwehr und so hin. Polizei... Und eine Feuerwehr. So. Genau. Bei Krankenhaus und Schulen brauchen wir erstmal nicht, weil wir haben ja hier noch gut vorgesorgt. Und... Ah, wartet mal hier vorne, mache ich... Bis Heidestelle U-Bahn-Station hin. Äh, genau. Bis Heidestelle U-Bahn. Und zack. Und zack. Ah, wunderbar, Freunde. Das läuft. Ähm, da freue ich mich, dass man wieder hier eingeschaltet hat. Natürlich beim... Guten Night City 4 Let's Play, was mittlerweile schon fast 60 Folgen hat. Aber nun gut, dieses Spiel ist es halt auch wert. Und, ähm... Ich kann euch sagen, wenn das weiter so gut läuft... Sind wir vielleicht in ein, zwei Monaten durch damit. Kann natürlich gut sein, ne? Da ist es echt gut, muss man sagen. Also, wow. So, dann machen wir hier mal so, genau. Oder? Nee, Quatsch. Was mache ich denn? So rum. Wie gesagt, das kann echt gut sein, dass das so weit... Dass das tatsächlich dann so weit ist und SimCity 4 vorbeigeht. Oh, das war jetzt ein Versehen, aber ist okay. Wir brauchen mehr Jobs hier. Ja, guckt euch das an, Mensch. Guckt euch das an. Ich weiß, eigentlich, sagt man ja, zu Gewerbe passen mehr Plazas. Aber ich glaube, das tut sich nicht viel mit den freien grünen Flächen. Na, von daher... So, aber Bäume, Bäume, Bäume. So. Da habe ich noch eine Lücke gesehen, wo man Park reinmachen kann. Genau hier. So. Und dann müssten wir jetzt eigentlich mal... Oha. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Och. Och. Äh, 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 okay. Damit habe ich jetzt nicht... Ah, doch, weil ich, äh, weil ich die Gebäude abgerissen habe. So, dann macht das halt so, komm. Ähm, ähm, ja, okay, ich verstehe schon. Ähm. Weil die ganzen Leute, die da neu eingezogen sind, die müssen natürlich erstmal in die Grundschule gehen, ne? Okay. Aber... Wirst du vielleicht wieder unsere Steuern sinken? Gucken wir gleich mal. Ähm, ich würde gerne mal in die Region gucken und jetzt mal sehen, wie sich die Jobs und die Einwohner verhalten. So. Ähm. Na, machst du Spiel, oder? Danke. Oh, da links habe ich fast gesehen, was mir gar nicht gefällt. Ja, wir brauchen mehr Jobs. Wir brauchen immer noch mehr Jobs. Ne, das ist echt... Echt blöd. Aber ich habe schon was gesehen, wo ich Jobs hinmachen kann. Hier habe ich schon Jobs gesehen. So. Ähm. Gut. Da links, da ist nämlich so ein Gebäude verlassen. Da werde ich, äh, Jobs hinmachen. Warum? Lange Pendelstrecke. Ja, okay. Kein Thema. Ähm. Machen wir da halt Büros hin. So. Mach da Gewerbe hin. Zack. Zwar nicht viel, aber besser als nix. Ja, vielleicht machen wir hier nochmal Bäume-Trick. Ein bisschen was. Ah, nö. Okay. Boah. Der Verkehr wird wieder, äh, gefährlich. Ja. Der Verkehr ist heftig. Meine. Aber es ist halt eine Millionenstadt. Was soll man da machen? Und wir haben irgendwie eine Bürgerflucht hier, habe ich das Gefühl. Die Armen und die Mittleren. Ja, irgendwie sind das hier auch Einwohner. Das sind auch Einwohner. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar mehr Jobs wieder hier. So. Genau. Mach da mal bitte einen Büroturm hin. Oder einen mittleren Turm. Genau. So, dann gucken wir doch mal. Ja, da kommen wieder ein paar mehr Jobs. Wir müssen halt die Steuern einmal senken. Das ist es. Ja. 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 Okay. Das ist ja wieder die Nachfrage. So. Wunderbar hier. Ähm. Aber es ist auch sonderlich viel mehr Einwohner sind es jetzt auch nicht, ne? So. Ähm. Aber der sieht gut aus hier, ne? Boah. Da kann man ja viel Geld sparen. Wartet mal. Drehen wir bitte die Bildung runter. Da kann man ordentlich was an Geld sparen. Ah. Oder auch dich. Ähm. So ganz so krass kann die Bildung auch nicht runterschrauben. Ach, die Uhr. Die Uhr klingelt gerade wieder. So. Ähm. Schreibt ihr immer noch? Ne, das war's. Okay. Sehr gut. Der Da Vinci Tower. Der Da Vinci Tower. Okay. Ähm. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben wieder eine stabile Nachfrage. Und hat uns sind auch wieder im Plus hier. So. Das ist natürlich. So soll's aussehen. Ja, das ist jetzt natürlich kacke hier, ne? Das muss man... Ach, und die Folge ist gleich schon wieder voll. Ah, verdammt. Die Folge ist gleich schon wieder voll, Mensch. Aber doch gut. Ähm. Wir haben wieder einiges geschafft hier in dieser Folge. So, genau. Da kommt eine ärmere Bevölkerung. Das... Ich glaube, das brauchen wir auch. Ähm. Dass wir hier tatsächlich ärmere Bevölkerungsschichten auch mal in unsere Stadt bekommen. Ja, die Lehrer hier vorne. In der Grundschule. Ah, nö. Okay. Uh, was ist denn das? Angels Creek Grove. Das sieht geil aus, Freunde. Das sieht geil aus. Das mache ich mal unter Denkmalschutz. Total name auf Endic Slots. Keine Ahnung, was das ist. So, Bildung ein bisschen hoch. Ja. So, genau. So ist es perfekt. Ah, ja. Okay, Freunde. Ähm. Gut. Das ist in der nächsten Folge. Machen wir dann hier weiter auf der anderen Flussseite. Sieht schon... Das sieht geil aus, wir beide Flussseiten gebaut sind, ne? Ah, herrlich, Freunde. Herrlich. So, gut. Ja. Ja. Also, wie lange werden wir jetzt noch dafür brauchen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht zwei, drei Monate. Dann haben wir hier alles voll. Und dann, ja, gucken wir mal. Ah, wobei... Bevor ich eine Sache vergesse. Bevor ich eine Sache vergesse, Freunde. Mach mal bitte eine Autobahn hier hin. Das mache ich jetzt noch zum folgenden Ende, weil das fällt mir gerade auf. Deswegen. Mach bitte eine Autobahn hier hin. Eine Autobahn und ein ebenerdiges Kreuz, bitte. Das sollte so passen, oder? Ich hoffe... Ich hoffe, ich habe hier nicht verbaut. Shit, ich habe mich tatsächlich verbaut. Oh, Gott. Weil das muss tatsächlich, ja, das gemacht werden. Die Autobahn hier. Nicht vergessen, Freunde. Darf ich auf keinen Fall vergessen. Aber so passt das doch. Zack. Wunderbar. Okay. Dann haben wir in der nächsten Fall tatsächlich auch einen Autobahnanschluss. Und hey, was kommt denn da? LS Tower Life. Hey, das sieht cool aus. Sieht aus wie so ein Leuchtturm hier. Richtig cool. Das sind Büros, ja, genau. Ach so, ah, ja, okay. Gut, liebe Freunde, würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Nachtmodus. Oh, und ihr seht es, ne, es wird immer schöner hier. Boah. Außer die, äh, paar Gebäude hier, die funktionieren, die, äh, ja. Die haben halt kein Licht, ich weiß auch nicht warum. Ui, das sieht auch geil aus hier. Gut, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Und das ist die Glocke, Leute. Äh, würde ich mich sehr freuen. Erzähl jetzt gerne weiter den Kanal. Und, ja. Dann würde ich sagen, bis hier weiter geht's, den wir dann beim nächsten Mal. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Dach. Ne? Tschüss, tschüss.